Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen VoiceOver auf dem Crash Academy Channel. Das ist jetzt das dritte Update-Video, was wir zur Entwicklung der Caterpillar machen. Und wenn man die Videos so im Vergleich sieht, sieht man wirklich schön, wie das Schiff jetzt zusammenwächst. Es ist nur ein sehr kurzes Video, aber wir wollten euch dieses Update auf jeden Fall nicht vorenthalten. Jetzt ist nämlich das Art-Design-Team dran, tatsächlich die Caterpillar in der Engine fertigzustellen. Dafür geht es jetzt wirklich um die Innenräume, die Details, alles muss jetzt so funktionieren und so stimmen, dass es tatsächlich so aussieht, wie es final im Spiel aussehen soll. Das heißt, dieser Art-Design-Schritt ist schon relativ weit. Was die Designer selbst und Artists jetzt besonders interessiert an der Caterpillar ist, dass sie dann das größte Transportschiff sein wird, was im Voice unterwegs ist, wenn sie dann flight-ready wird. Das bedeutet, auch wenn die Starfair Rush zwar schon drin ist, sie ist aber ein Tanker, die Caterpillar ist dann tatsächlich der größte Transporter, den wir haben werden, nämlich deutlich größer zum Beispiel als die Freelancer oder die Constellation. Außerdem wird mit der Caterpillar der eigentliche Style-Sheet von Drake Interplanetary wirklich designt und finalisiert. Das bedeutet, wenn die Caterpillar fertig ist, dann wird anhand der Designs der Caterpillar auch nochmal an die anderen Drake-Schiffe rangegangen. Deshalb warten wir zum Beispiel so lange auf das Cutlass-Update. Das ist eine sehr, sehr interessante Information, die sich hier findet und eine große Herausforderung für die Designer. Jetzt sprechen sie aktuell gerade darüber, dass sie ja das Kommandomodul komplett neu gemacht haben. Es ist jetzt wieder zweistöckig und es sollte eben einen ganz eigenen Look bekommen. Es sollte so aussehen, als wäre es alleine ein Schiff, selbst wenn es abgedockt ist, als würde es alleine auch funktionieren, aber eben auch im Zusammenhang mit dem Rest des Schiffs. Da sind die Designer jetzt gerade sehr, sehr glücklich, dass sie es geschafft haben, einige Elemente auf beiden Seiten, auf dem Kommandomodul und dem Hauptrumpf wiederzufinden und eben die Nase, die abgeschrägte Nase gefällt ihnen jetzt besonders gut. Ja, und zum Ausblick kann man noch sagen, wenn diese Artists jetzt durch sind, dann kommt das Tech Art und Design Team dran. Die sorgen dann dafür, dass die Dinge, die designt wurden, innen tatsächlich benutzbar sind. Das heißt, die Schüler vor und runter fahren, man mit Komponenten interagieren kann, Türen auf und zu gehen und all das werden die dann machen. Wenn die durch sind, danach kommt das Sounddesign Team, Partikeleffekte Team und das Animationsteam und die bringen dann das Schiff tatsächlich auf den Status eines flugfertigen Raumschiffs, auf das wir warten. So you guys can get your hands on it.